Paula lernt den Wortschatz mithilfe kleiner Kärtchen. Die Redewendung Was bedeutet die Redewendung wie ein offenes Buch sein? La pronunciación Die Aussprache Tu pronunciación es muy buena. Deine Aussprache ist sehr gut. Pronunciar Aussprechen Me cuesta mucho pronunciar la CH alemana. Ich finde es sehr schwierig, das deutsche CH auszusprechen. El acento Das alfabet El alfabeto español tiene 28 letras. Das spanische alfabet hat 28 Buchstaben. El punto Der Punkt Después de un punto se escribe siempre Mayúscula. Nach einem Punkt wird immer groß geschrieben. Nach einem Punkt wird immer groß geschrieben. Auf Wiedersehen. Die